Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Malte. Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja, mein Vater. Während meine Mutter ihr Gedächtnis verliert, wird mir klar, wie wenig ich über sie weiß. Das war die revolutionäre Aufbauorganisation. Sie wurde damals die Mutter der Revolution genannt. Sie war ein Gesprächspartner, in dem ich sonst wenig fand in der Organisation. Das war Gretels Freund? Ja, da war ich ruhig beeifersüchtig. Da warst du eifersüchtig auf den Mann? Ja. Ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass man durchaus Seitenstrünge machen kann. Weil das Verständnis war, wir gehen aber nicht auseinander, gell? Das eben, was wir gesehen haben, war die Jungfrau. Oh, und wer war das zum Beispiel? Ich war's nicht. Ich sehe jetzt, dass ich Gretel unrecht getan habe. Sie hat nicht die Liebe gekriegt, die sie verdient hat. Die Mutter, die ich von früher kannte, gibt es nicht mehr. Gretel, wo gehst du denn hin? Keine Ahnung. Gestern hat Gretel zu mir gesagt, ich liebe dich. Ich bin dein Mann. Nee, ich hab mir eher so... Du hast einen neuen gesucht. Ich bin dein Mann. ibr abbiamo. Untertitelung des ZDF, 2020